Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten. Was ist eine geometrische Folge? Und zwar, eine geometrische Folge ist definiert, jetzt wird es mathematisch wieder, wenn euer Folgeglied zum vorherigen Glied, eine Konstante ergibt. Meistens eine Literatur mit Q abgekürzt und die ist konstant. Wow, das klingt jetzt schon wieder so richtig spacey und abgefahren. Aber Leute, aufpassen, das zeige ich euch gleich, ist ganz easy. Anhand eines Beispiels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, diese Folge habe ich gegeben und ich habe diese Folge gegeben. 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, und jetzt setzen wir mal ein und prüfen, ob diese oder diese Folge eine geometrische Folge ist. So, also, das mit dem Folgeglied sieht er so aus. Ihr könnt euch vorstellen, das ist A1, A2, A3, A4, A5, A6 und A7. So, jetzt setzen wir mal ein. Okay, N, N plus 1, also ich setze hier für N1 ein, dann habe ich A2 durch A1. Also, das ist hier A2 ist 2 durch 1. Okay, dann eins weiter. Muss das gleich sein wie 3 durch 2. Muss das gleich sein wie 4 durch 3. Muss das gleich sein wie 5 durch 4. So, was haben wir hier? Das ist 2, das ist 1,5. Aha, das ist 1,3 Periode, das ist 1,2. Und jetzt seht ihr schon, okay, das ist nicht gleich, das ist nicht konstant. Also, das ist keine geometrische Folge. Wie sieht die jetzt beim nächsten aus? Da fange ich die zweite an, 2, 1, okay. Dann, das darauffolgende mit dem Hinteren, geteilt durch das Hinteren. Und ist das, dann wieder das darauffolgende 8 durch 1 davor ist 4. Darauffolgende 16 durch 8 und 32 durch 16. Wenn ihr jetzt her schaut, 2 durch 1 ist 2, 4 durch 2 ist 2, ist 2, 16 durch 8 ist 2 und 32 durch 16 ist auch 2. Und das ist konstant. Leute, und jetzt seht ihr, das ist eine geometrische Folge. So sieht sowas aus. Weiteres Beispiel. 3, 6, 12, 24, 48 brauchen wir. So, jetzt checken wir, ist das auch eine. Also, ich nehme wieder, hier ein darauffolgendes Folgeglied. Durch das Anfangsglied ist gleich. Hier wieder Folgeglied. Das dritte, geteilt durch das zweite. Das vierte, geteilt durch das dritte. Das dritte, das soll hier nicht 12 sein. Und 48 durch 1 davor, 24. So, dann seht ihr, 2, 2, 2, 2, konstant. Das ist auch eine geometrische Folge. So könnt ihr also prüfen, ob eure Folge, was ihr gegeben habt, geometrisch ist. Ich hoffe, mein Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Mathematik in 5 Minuten.